Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Showbizartwerke. Vor kurzem haben wir uns ja die Ice Bear Pro Aurora angeschaut und die Ice Wolf 2 von Alphacool. Beides wirklich gute Produkte. Und in diesem Video schauen wir uns beides mal in einem Verbund an. Also wie schlagen sich die Komponenten, das heißt die Temperaturen der CPU und GPU, wenn wir beides zusammenklemmen. Denn dank der Schnellverschlüsse hat man hier die Möglichkeit das zu tun. Ihr könnt es natürlich auch einzeln betreiben bei der AIOs, aber ihr könnt es auch zusammen betreiben. Kann Vor- und Nachteile haben. Werden wir uns gleich auch nochmal anschauen bei den Temperaturen. Ob das Ganze dann Vorteile hat oder auch Nachteile. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Als erstes schauen wir uns einmal an, was das Ganze für einen Effekt auf die CPU hat. Und ihr könnt es hier sehen, mit zwei Radiatoren, also Ice Bear Pro plus Ice Wolf 2, haben wir ein bisschen Performance Plus. Die Temperaturen sind fast gleich, muss man dazu sagen, außer im Spielebetrieb. Da ist es ein bisschen niedriger mit den zwei Radiatoren, beziehungsweise mit der Ice Wolf Pro plus Ice Wolf 2. Und man sieht, die Leistung steigt hier ein ganz kleines bisschen. Es sind aber auch Mesh-Schwankungen. Ihr seht ja zum Beispiel oben bei den 2500 Umdrehungen bei beiden AIOs im Verbund und im Vergleich zur 2000 Umdrehung. Da ist das Ergebnis ein bisschen gesunken. Nichtsdestotrotz sehen wir auch, dass wenn wir nur 1000 Umdrehungen auf den Lüftern haben, beim Verbund, dass das Ganze dann schon besser ist wie nur die Ice Bear Pro alleine mit 2000 Umdrehungen. Also ihr habt auch definitiv einen Vorteil davon. Man muss aber dazu sagen, was ich hier nicht getestet habe, ist, dass wenn wir auf der GPU Last haben, die erhitzt ja dann beide Kreisläufe. Und dementsprechend ist es dann so, dass der Kreislauf von der Grafikkarte erhitzt wird und somit auch wärmer wäre wie der Kreislauf der Ice Bear Pro alleine. Und wir dann einen Nachteil haben, kommt aber wirklich auf die Situation an. Das wollte ich euch nochmal hier mitgeben. Und ansonsten, wir sehen jetzt gleich nochmal, die CPU-Temperaturen sind natürlich wie immer bei 96 Grad, selbst wenn wir hier Vollgas drauf geben. Liegt aber wahrscheinlich auch mit unter anderem daran, dass der Kühler der Ice Bear Pro hier nicht so optimiert ist auf die Ryzen 7000 Prozessoren. Wir werden uns das Ganze nochmal in einem nachfolgenden Video mit einem einzelnen CPU-Blog anschauen. Wie sich dann das Ganze verhält. Aber dazu kommen wir dann die nächsten Tage. Den größten Vorteil des Verbunds aus Ice Wolf 2 und Ice Bear Pro sehen wir, wenn wir die Grafikkarte belasten, also die GPU-Temperaturen uns anschauen. Und wir sehen hier, wenn wir mal vergleichen, 1000 Umdrehungen ohne Verbund und einmal mit Verbund. Dass die GPU-Temperaturen natürlich mit Verbund niedriger sind, also ein gutes Stück niedriger. Bei der GPU sind es dann 2 Grad und beim Speicher sind es 4 Grad. Wenn wir dann die Drehzahlen erhöhen, dann ist der Unterschied jetzt nicht mehr so groß der zwei Radiatoren, die wir dann zur Verfügung haben. Somit würde ich das Ganze nur empfehlen, wenn man wirklich vorhat, hier ein leises System zu betreiben, was wahrscheinlich viele von euch machen und sich deswegen auch eine Wasserkühlung holen. Und dann macht das Ganze natürlich Sinn. Bei der CPU-Temperatur sehen wir, dass das Ganze schon ein bisschen runter geht, aber es ist jetzt auch nicht wirklich erwähnenswert, würde ich mal behaupten. Aber wenn ihr sowieso beide Komponenten habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich zusammenstecken. Oder, was ihr auch machen könnt, was ich natürlich hier nicht getestet habe, ihr könnt euch einen zusätzlichen Radiator kaufen. Dann gibt es nochmal einmal eine Pumpe, die ihr zusätzlich dazu kaufen könnt, damit die Fließgeschwindigkeit des Wassers im Kreislauf höher ist. Ist jetzt die Frage, ob es unbedingt notwendig ist, vielleicht teste ich das mal in Zukunft. Und was wir übrigens auch sehen, im Eidel gehen die Temperaturen natürlich durch die zwei Radiatoren, also durch den Verbund, auch was runter. Sieht man schön, aber das sind halt nur die Eidelwerte und nicht das, was dann unter Last anliegt, bringt uns dann herzlich wenig. Aber dennoch finde ich es schon erwähnenswert. Ja, am Ende bleibt natürlich die Frage im Raum, lohnt sich das Ganze? Ihr könnt es sehen an der Optik, es ist so eine Sache für sich. Also ihr seht jetzt einmal hier das Bild ohne Verbund und ich blende euch jetzt einmal den Verbund ein. Und da könnt ihr halt sehen, dass das Ganze von den Schläuchen her ein bisschen zu lang ist. Ansonsten finde ich es schon ansprechend. Es müssen aber auch einen diese Schläuche gefallen, also die TPV-Schläuche in schwarz mit den Anschlüssen. Wird wahrscheinlich auch nicht für jeden was sein. Ich finde es wirklich cool. Auch für Workstations macht das Ganze Sinn, finde ich zumindest. Und man hat ja wie gesagt die Option, dass man da nochmal einen Radiator dazu steckt und so weiter und so fort. Ich werde dann übrigens im nächsten Video einen Eisblock testen und zwar den XPX Over Edge und das Ganze in schwarz, wie ihr hier sehen könnt. Und man sieht auch schon, dass ich schon die Schnellverschlüsse dran habe und dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das Ganze schlägt. Und wer sich jetzt fragt, wie werde ich das Ganze anschließen? Natürlich kommt die Ice Bear Pro jetzt raus. Dafür werde ich das Ganze dann aber direkt an der Ice Bear anschließen. Das heißt, wir haben für beide Komponenten, also CPU und GPU, nur einen 360mm Radiator. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze schlägt. Vor allem, wenn wir beides betreiben in einem Spiel, ob die Temperaturen dann höher gehen. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen, dass die Ice Prozessoren dann nicht so empfindlich sind, was die Temperaturen angeht. Die Leistung nur minimal runter geht. Deswegen dachte ich mir, ist das vielleicht eine gute Idee. Denn so spart man im Prinzip einen Radiator, falls ihr auch nur Platz habt für einen Radiator. Und kann dann beides mit Wasser kühlen. Seid gespannt, haltet die Augen offen. Das Video kommt auf jeden Fall die nächsten Tage. Je nachdem, wann ihr das Video euch anschaut. Dann gibt es das Video schon. Es kommt nicht so viel später. Das soll es auch gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Und lasst uns natürlich ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobi. Ciao, ciao. Ciao.